In den letzten beiden Sommern hat Borussia Mönchengladbach einen regelrechten Exodus von Spielern erlebt, die nicht nur technisch begabt, sondern auch die Seele und Identität des Vereins verkörperten. Spieler wie Lars Stindl, Toni Janschke, Patrick Herrmann und zuletzt Christoph Kramer haben ihre Karrieren in der Fohlenelf beendet. Diese Abgänge hinterließen eine Lücke, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Herzen der Fans, die sich durch diese Spieler repräsentiert fühlten. Nun steht Gladbach vor der Herausforderung, diese Lücke zu füllen. Und genau hier tritt Julian Weigel, ein Spieler, der 2022 zum Verein stieß, in den Vordergrund. Weigel, der ursprünglich auf Leihbasis von Benfica kam, hat sich im Kader etabliert und wurde schnell zum Vizekapitän ernannt. Doch was wirklich auffällt, ist seine tiefe und fast instinktive Verbindung zum Verein. In einem kürzlichen Interview mit elf Freunde enthüllte Weigel etwas, das viele Spieler nicht ausdrücken können, eine echte Leidenschaft für den Verein, den er vertritt. Ich habe Gladbach immer gefühlt. Das Wappen, das Stadionlied, die Tradition, all das hat mich angezogen, lange bevor ich überhaupt daran dachte, hier zu spielen, gestand der Mittelfeldspieler. Für jemanden, der seine Profikarriere beim 1860 München begann und Stationen bei Borussia Dortmund und Benfica durchlief, ist diese Identifikation mit Gladbach überraschend, aber gleichzeitig äußerst authentisch. Weigel, dessen Vertrag bis 2028 läuft, machte klar, dass er eine lange und erfolgreiche Zukunft im Verein sieht und nicht nur als ein Spieler auf der Durchreise. Was diese Aussagen besonders wichtig macht, ist der Zeitpunkt, zu dem sie kommen. In einer Zeit der Unsicherheit und des Umbruchs, nach dem Abgang von Ikonen, die die jüngste Identität des Vereins geprägt haben, tritt Weigel als Figur auf, die bereit ist, die nächste Generation anzuführen. Er will nicht nur spielen, sondern etwas Dauerhaftes in Gladbach aufbauen. Es ist das erste Mal, dass ich mich so stark mit einem Verein identifiziere, erklärte Weigel. Ich mag die Leute hier, die Ansprache der Fans. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir gemeinsam vorankommen und den Verein dorthin bringen, wo er hingehört, fügte der Spieler hinzu. Für die Fans von Gladbach sind diese Worte ein Trost in Zeiten des Übergangs. Die Vorstellung, dass ein Spieler mit dem Talent und der Erfahrung von Weigel sich langfristig dem Verein verpflichtet, ist ein positives Zeichen dafür, dass trotz der Abgänge bessere Tage in Aussicht sind. Die nächste Herausforderung für Weigel wird nicht einfach sein. Er muss auf dem Platz zeigen, dass seine Worte nicht nur Rhetorik, sondern ein echtes Engagement sind. Gladbach braucht eine solide Basis, um wieder an der Spitze der Bundesliga mitspielen zu können, und Weigel scheint entschlossen, das Fundament dieser neuen Ära zu sein. Und was denkt ihr, Fans? Ist Julian Weigel der neue Anführer, den Gladbach braucht? Glaubt ihr, dass er die Lücke füllen kann, die die Ikonen der Vergangenheit hinterlassen haben? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und beteiligt euch an der Diskussion.